Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer David. Ich möchte bekannt geben, dass es demnächst eine sehr interessante, aber auch sehr, sehr wichtige Serie von Videos auf Deutsch gibt auf diesem Kanal. Und zwar geht es in die absoluten Extreme des Schlagzugspiels, und zwar Geschwindigkeit kombiniert mit Dynamik. Und das ist was, was viele Leute vergessen. Darauf werde ich später in der Serie nochmal genauer eingehen. Aber ja, es wird also um Geschwindigkeit und Dynamik gehen und mehr werdet ihr dann in der Serie genauestens erfahren. Und dann, was möglich ist. Alles klar, bis dahin, ciao!